Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind heute wieder in Edenkoben. Im Vergleich zu den vorigen Shootings haben wir diesmal ein bisschen was Besonderes uns überlegt. Und ja, der Arnold hat zwei Models mit dem Flugzeug kommen lassen. Und das ist kein Witz, tatsächlich ein Model aus Venedig, eins aus Zürich. Und wir haben einen Falkner dabei, der uns hier mit Greifführung versorgt. Und wir haben mal richtig kreative Bilder gemacht, wo wir auch mal den Fashion-Bereich ein bisschen angekratzt haben, den Beauty-Bereich. Das ist wieder mal eine lustige Gesellschaft her. Die Location ist der Hammer, bleibt der Hammer. Und wir hatten so unsagbar viel Spaß. Und den wünsche ich euch jetzt auch beim Anschauen vom Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.